Pocket Rocket Viele Menschen haben Probleme beim Wechsel von einem normalen Motorrad zu einem Elektrofahrrad. Die Spezialisten von Soul Motors beschlossen, Motorrad-Enthusiasten anzusprechen und einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, auf ein umweltfreundlicheres Fahrzeug umzusteigen. Bei der Entwicklung von Pocket Rocket haben sie alle ihre Mühen in das ursprüngliche Design gesteckt. Das Fahrrad wurde Pocket Rocket genannt, weil es wirklich wie eine Rakete aussieht. Das Elektrofahrrad ist mit nur 55 Kilogramm leicht, vor allem weil die Karosserie aus Aluminium besteht. Der Hersteller kann das Fahrzeug je nach Bedarf mit zwei Motoren ausstatten. Einer entwickelt 6 PS und der andere 8,5 PS. Je nach Motor kann das Motorrad Geschwindigkeiten von 50 bis 80 Stundenkilometer erreichen. Die Reichweite variiert zwischen 50 und 80 Kilometern je nach Eigenschaften des Fahrrads und deinem Fahrstil. Du kannst es zu einem Preis von 6 bis 7,5 Tausend Dollar kaufen. Scrambler Fans von Retrofahrrädern werden dieses Modell der Firma Juiced Bikes bestimmt mögen. Scrambler ist ein modernes, schnelles, umweltfreundliches Elektrofahrrad mit einer Karosserie aus einem Retromotorrad. Es hat hervorragende technische Eigenschaften, sodass man für relativ wenig Geld noch schneller und noch weiter fahren kann. Die Hersteller bieten drei optisch ähnliche Modelle mit unterschiedlichen Eigenschaften an. Lager, Stadt und Hyper. Alle drei Zweiräder haben einen leichten offenen Rahmen, einen langen Sitz und eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie. Außerdem sind die Elektrofahrräder mit einem hellen Einbauscheinwerfer, LED-Anzeige, hydraulischen Bremsen und einer Spezial-Anti-Rüttelgabel ausgestattet. Das Camp-Modell ist für den Einsatz in umwegsamem Gelände ausgelegt und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Das City-Modell eignet sich besser für das Fahren in der Stadt. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt ebenfalls 45 Stundenkilometer. Das Hyper-Modell ist das schnellste und leistungsfähigste, das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 54 Kilometer pro Stunde unterwegs ist. Der Preis für die ersten beiden Fahrräder beträgt 1700 Dollar. Hyper kann für 2700 US-Dollar gekauft werden. Motor Spirit UPC Das Motorrad, das du auf dem Bildschirm siehst, wurde von Studenten der California State Polytechnic University entwickelt. Es ist bemerkenswert, dass es durch Kickstarter finanziert wurde. Etwa 6000 Dollar wurden für das Projekt gespendet. Der Motor Spirit UPC ist aerodynamisch ausgelegt. Es ist mit einem Elektromotor Heinzmann PMS 150 und einem Sechsganggetriebe ausgestattet. Es gibt keine Daten über die Höchstgeschwindigkeit, aber in der Saison 2012 bis 2014 belegte das Motorrad den vierten Platz in einem Motorradrennen und in der Saison 2014 bis 2016 gewann es den ersten Platz. Der Fast Moderne Elektrofahrräder haben viele Vorteile. Doch fast alle Modelle der Welt haben den gleichen großen Nachteil – eine kleine Gangreserve. Im Durchschnitt können sich Elektromotorräder nur wenige Stunden lang mit einer Höchstgeschwindigkeit bewegen. Es mag gesund sein, um durch die Stadt zu fahren, aber nicht mehr. Delfast, das Fahrrad, das du auf dem Bildschirm siehst, hat dieses Problem nicht. Es wurde speziell entwickelt, um alle Gangreservenrekorde zu übertreffen. Die Hersteller wählten jedes Detail manuell aus und verfeinerten es zu einem Fahrrad mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Erstaunlicherweise kann Delfast mit einer einzigen Ladung 380 Kilometer zurücklegen. Außerdem wurde dieser Rekord auf einer echten Straße erreicht und nicht unter den idealen Bedingungen eines Testgeländes. Delfast ist in drei Modellen erhältlich. Das Prime-Modell beschleunigt bis zu 55 Kilometer pro Stunde und kann 380 Kilometer zurücklegen. Das Top-Modell fährt mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde über 280 Kilometer. Das einfachste Light-Modell erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 42 Kilometer pro Stunde und kann bis zu 180 Kilometer zurücklegen. Der Preis beträgt 5200, 6900 und 4200 Dollar. DC Try Auf dem Bildschirm sieht man das erste dreirädrige Elektrofahrrad der Welt, zumindest nach Angaben der Entwickler. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde es auf Kickstarter gezeigt. Es wird von Erfindern aus Charlotte, USA entwickelt. Das ungewöhnliche Design des Bikes fällt auf den ersten Blick auf und man könnte meinen, dass DC Try nichts mit einem Zweirad zu tun hat. Dennoch nennen die Entwickler ihre Kreation immer noch ein Motorrad und heben ein einzigartiges Merkmal hervor. Man kann den DC Try im Stehen fahren. Der Elektromotor ermöglicht es dem Fahrzeug, Geschwindigkeiten von bis zu 24 Stundenkilometer zu erreichen. Die Batteriekapazität reicht für 50 Kilometer. Die drei Räder garantieren eine hohe Stabilität. So kannst du sicher sein, lange Zeit und mit Freude und ohne Anstrengung zu fahren. Ein besonderes Merkmal des DC Trys ist die Anzeige am Lenker, mit der man immer die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und die verbleibende Akkuladung kennt. Achte auf die Fahrradkabel mit Stoßdämpfung. Sie reduziert Vibrationen und Schütteln, was eine noch komfortablere Fahrt ermöglicht. Der Preis von DC Try beträgt 2100 Dollar. Job E Der Name dieses Fahrzeug verdeutlicht seine Natur. Der erste Teil des Namens, das Wort Job, bedeutet, dass es sich um ein Shopper handelt. Der zweite Teil, der Buchstabe E, wurde hinzugefügt, weil es sich um ein Elektrofahrzeug handelt. Das Fahrzeug ist zwei Meter lang, man muss es fast halb liegend fahren, genau wie auf einem echten Shopper. Job E wiegt nur 63,5 Kilogramm. Er entwickelt eine maximale Geschwindigkeit von 32 Kilometer pro Stunde. Mit einer Ladung des im Heck befindlichen Akkus kann das Fahrzeug bis zu 56 Kilometer weit fahren. Dabei sind die Fußrasten an der Seite der Vorderachse zu beachten. Obwohl sie dem Fahrrad eine äußere Ähnlichkeit zu einem Motorrad geben, drehen sie sich nicht. Sie ermöglichen es dir, deine Beine bequem zu positionieren. Interessanterweise sind alle im Video gezeigten Modelle nur Prototypen. Das Projekt wurde 2015 auf Kickstarter gestartet. Die Entwickler sagten, dass das Shop E fast leicht aussehen wird, aber sie werden einige kleine Änderungen und Verbesserungen vornehmen. Step Up Bike Laut Herstellern würde ihnen dieses Elektrofahrrad ein grundlegend neues Fahrerlebnis bieten und ein paar Übungen im Fitnessstudio ersetzen. Es ist bemerkenswert, dass Step Up Bike ein einzigartiges Design hat. Dadurch belastet der Mensch während der Fahrt seine Gelenke praktisch nicht. Das Fahren mit dem Step Up Bike ist ein bisschen wie das Training auf einem Ellipsentrainer. Er ist für Fahrer von 152 bis 200 cm Körpergröße ausgelegt. Jede Beinplattform ist 35 cm lang. All diese Designmerkmale machen das Step Up Bike zu einem exzellenten Fahrzeug, das für Menschen jeder körperlichen Verfassung geeignet ist. Bis zum nächsten Mal.